Du unterrichtest die Alissa? Ja. Ja, schön. Wie heißt du denn? Susanne. Alissa, pack doch mal über die Susanne aus. Was ist denn da? Macht bestimmt Spaß bei ihr, oder? Okay, wir haben ein bisschen verzögert, aber... Hast du dich schon mal mit Lehrer Schmidt, Alissa, auf eine Klausur oder sowas vorbereitet? Test und Klassenarbeit. Und guckst du vorher der an und dann... Die auch heute Abend da ist. Ja, wirklich? Nein, nein. Hör auf, Susanne. Hör doch auf. Glaube ich dir nicht. Ah, ich lach nicht kaputt. Das wusstest du gar nicht, dass sie da ist, oder wie? Die sitzt da hinten. Ja, das ist eine Wiederholung. Genau. Vertiefung, ne? Ihr erklärt es einfach anders. Sag anders. Ist gut, ja? Gebt mal einen Applaus für Alissa. Alissa, bitte. Leute. Gebt mal einen Applaus für Alissa.